aber er ist hinten in den Raum rein und dann ist er stehen geblieben ich weiß nicht ob man hätten was finden können oder nicht finden können ja komm Eros wir sind doch kein Feigling ja Ja. Der auch. Oh, ich wollte. Dreck vor der Tür, alter. Nee, komm, alles egal. Das war richtig jetzt drauf. Ich hatte jetzt so einen Buffesau gerade. Boah, oh, ich wollte. Wo geht es denn hier noch? Oh, ich wollte. Oh, ich wollte. Dreck vor der Tür, alter. Können wir es da hier erstmal umgucken. Vielleicht müssen wir ja irgendwo hier rein. Bevor wir hinten geradeaus, ich weiß ja nicht, wo wir da hinkommen. Ah, hier wird es wohl wieder hell. Ach, ehrlich gesagt. Ja, ne Akte. Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt... Doch, war, war... Ja, Marie, war richtig. Billys Träume. Er betrefft Patient William Hope. Hey, Cindy. Hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimm... Sorry, ich habe Cappuccino hinter... Verstimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Bezondiazepin steht. Ist das ein Medikament? Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur Vampirähnliche Falter den War Rider töten. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gewalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufälliger Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Merckhoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen. Ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diese ganzen Kram ausgedacht hat. Ich würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben auf zwei. Kuett. Schöne Grüße gehen raus an meinen Vater. Kuett. So. Ach je. Der Eier dauert jetzt die ganze Zeit rum. Ich scheiße auch auf die Batterien. Da haben wir ja genug von. Ich habe mal sechs Stück, das denke ich, das reicht. Beim letzten hatten wir auch fast Zähne voll, aber das hat uns das Spiel welche weggenommen. So jetzt ist man, glaube ich, hier lang. Einen. Wo tut der eigentlich immer? Ja gut, da kann er alle Türen einreißen, der Drecksack. Eieieieiiei, das kann aber nicht mehr normal sein. Das Spiel ist echt gut. Also danke für die Empfehlung, danke, dass ich die Abstimmung gemacht habe, weil wenn der Locker drücke, linke Maus noch zum Benutzen, der sieht irgendwie, er sieht eher aus, als hätte man ihm den Hals gebrochen, aber wenn man auf längere Zeit so ein bisschen den Hals dehnt, kann man so unter Umständen auch hier oben schlafen, aber ich denke, man ist hier oben eher verblutet. Mach's gut, Alter. Tut mir leid. So, warte mal, da ist die Tür. Da komme ich jetzt nicht lang. Komm auch nicht wieder runter. Achso, ich muss hier lang. Da geht's nicht lang. Die Tür ist wahrscheinlich zu. Ist sie nicht? Blutspuren? So dem Blut folgen? Ich soll Ihnen ausrichten, dass sich der Schlüssel im Haus dort im Kino befindet, hinter dem Licht. Besorge der Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Ich kann so schnell jetzt nicht lesen. Ich hab damit jetzt nicht auf den Kallzauern. Das ist ja auch. Die Musik ist scheiße. Hör auf damit. Da muss ich absolut, dass die mir Angst machen soll. Wieso gibt's ja keine Batterien, Mensch? Computer, eine Kamera lag da. Nix, nix. Hier ist auch noch nix. Nix, hier ist auch nichts im Regal. Ich hab' jetzt nichts. Das ist doch scheiße. Guck mal, das ist eigentlich so hell, da hätte ich keine Kamera gebraucht. Ach, hier, oh, guck mal. Was soll ich weiter übersehen? Übersetzung, Berlin, 6. September 1938. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten, hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen jedoch unglücklichen Umgangs mit Art-Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellenregeneration und der gleichgeleiteten Katzenumeritierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an. Dietrich Eckhardt weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernicke Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Also er hat nicht unterschrieben, weil wenn unleserlich hätte man ein paar Striche gesehen von der Unterschrift. Die Tür ist blockiert, da kommt man nicht weiter. Schade, dass hier nix rumliegt, was wir mitnehmen könnten. Das nächste Batterie ist dann noch drin. Aber was mal so ein bisschen leer ist, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Geht jetzt da ja automatisch auf. Das ist aber da vorbei. Oh, alles klar. Liberty, kommen wir denn da wieder hoch? Tatsächlich, lass los. Also, falls wir da hinten langen müssen, aber ihr dürft ja eigentlich nicht durchkommen, dieser fette Wemse. Wir müssten in die Chapel Reception Hall Liberty Lobby. Wir müssten, wo hat er gesagt, wir müssten hin? In die, in den Aufenthaltsraum. Führe die Tür, ist Schlüssel notwendig. Okay, also, ach, so, wir müssen also dann auch dann nach oben. Okay, Sheppard Reception Liberty Lobby. Lobby? Lobby war nach unten. Aufenthaltsraum. Wo war der? Hier ist aber offen. Lasttüren, dass sie die noch nicht kaputt machen. Ich sehe auch nix, okay. Ich verspann, wie lange das nicht hier noch kommt. Selbst schon. Der ist zu. Noch mal Klamiermusik. Der ist so ein bisschen. Warum atmest du eigentlich immer so schwer? Was stimmt mit dir nicht, ey, Norbert? Der Tisch, da steckt mir das auch nicht drinne. Alles klar. Weiß, wir setzen, säßen, so gesehen, hier in der Falle. So, denn da geht's lang. Hier ist ein Fernsehen. Von welcher Marke ist der? Morin, hast du wahrscheinlich Medion heißen. Selbst Aldi ist er vertreten. Und da geht's noch mal wieder hoch. Schaut, erst mal hier um, um. Man kann hoch, um. Da habe ich etwas gesehen, aber es war das Holz gewesen. Man kann aber unten lang. Ja, unten kann man wahrscheinlich nicht lang. So, der Versteck ist hier. Batterie liegt hier jetzt keine. Ja, hier ist wahrscheinlich... Wir müssen da oben lang. Warum stehen hier die Spinte rum? Sind wir denn jetzt reingekommen? Ich glaube, hinter uns, ja. Moment. Da hätte ich da gerade eine Batterie liegen sehen. Die wollte ich dann eigentlich mitgenommen haben. Aber das war da noch nicht so. Ich habe mich dann mit rausgekommen, sorry. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier um. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Erstmal die schöne alte Wandfarbe von Putz. Von den Steinkloppen hier. Ich habe den Effekt hätten sie auch einmal, dass man da wandelang kriegt. So ein bisschen so ein bisschen Farbe abbröckelt oder sowas. So ein bisschen falsch. Okay, da sind wieder Spinte. Ach, da oben drauf springen. Sehr schön. Du kannst gut Klavier spielen. Noch hast du dich weitergemacht. Fragile. Ja, ich bin auch gerade fragil, ey. Ich weiß nicht, was hat mich hier erwartet. Mal sind hier wieder Schränke. Kann ich hier irgendwas betätigen? Nee, ne? Vielleicht auch. Ne? Also, das Spiel ist schon nichts für schwache Nerven. Definitiv nicht, nee. Okay. Ich habe so bei der Blue zwischenzeitlich mal habe ich reingeguckt, aber das war sehr, sehr interessant. Die liebe Frau ist sehr, sehr schreckhaft, muss ich feststellen. Ich denke, okay, wenn die sich schon so erschreckt. Aber ich wollte dann auch nicht weiter spoilern. Jetzt wollte ich da. Jetzt bin ich natürlich hier. Ja, okay. Alles klar, wollte ich jetzt nicht. Kino sah. Ach, hier. Jeder Spiel. Sondermanns haben wir gesehen. Das muss ich hier. Wie kommen wir jetzt nicht lang? Okay. Okay, nur durch die Mitte. Wow. Entlassungsgespräch, aufgenommen am 17. Dezember 1985 in Los Alamos. New Mexico, Freigabe, Star Alpha Dr. Rudolf-Renicke, 14866. The films are here. There was no alteration to the footage at all, no trickery? Not. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt. But we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Okay, now can't be a mix mehr. Then think ich mir mal, dass da jetzt endlich ist. No, 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 no. Okay, damit ist dann der Film wohl beendet irgendwie? Wie ist das denn, wenn ich nicht? klar wahrscheinlich zu lassen alles klar so jetzt haben wir das fünfte halb mich sieht es aus als wenn das ding schon länger da liegt wir sind auch wieder spinnte kannst du einen davon aufmachen er kann es also alle aufmachen wahrscheinlich frage welche steckt er jetzt drinnen glaubt er bleibt glaube ich so lange in dem in dem ding dadurch dass er verhungert ist ich denke wir müssen da jetzt hier gelandet was zu lesen kann man hier wohl einiges von fleisch fressende bakterien wasch dir schön regelmäßig die hände am 19 september vier und neunzehn grant schrieb nekrotisierende was sieht dies wirklich verdammt ich kündige das hat mir jetzt echt weiter geholfen nämlich gar nicht eine birne auch zu das heißt wir müssen nach oben das war ja auch wieder schwachsicht in der rein zu laufen für mich finde ich finde ich jetzt gerade mal so